Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033. Fast da. Ullmann müsste an der schwarzen Station warten. Hier hatten wir zuerst aufgehört. Ach, ich kann mich wirklich ducken? Gut zu wissen. Okay. Licht. Hier muss jemand sein. Erledige ihn, Aution. Schließ die Topf. Wir brechen durch. Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Äh. Und los. Geh hinter der Panzer und zurückkommen. Bitte, dass wir nicht stehen bleiben. Aua, aua. Alter, ich bin fast... Ich bin tot. What the fuck? Hör zu. Wir kommen bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst. Ach, die Shotgun ist auf vier. Oh. Nicht. Hier muss jemand sein. Erledige ihn, Aution. Topf. Wir brechen durch. Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Und los. Geh hinter der Panzer und zurückkommen. Werte, dass wir nicht stehen bleiben. Ja, 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 ja. Hallo? Och. Alter. 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 Ich treff' hier gar nichts. Willst du mich verarschen? Boah, ist das ein Kotzen. Ich hab Fenster offen und es ist grad spät nachts. Ich kann nicht so laut sein. Aber sei auf alles gefasst. Ja, ja, ja. Boah. Ist scheiß, dass man mit der Shot gar nicht zielen kann, ne? Nicht. Hier muss jemand sein. Erledige ihn, Aution. Schließ die Toren. Alter, wenn der nicht so wackeln würde. Wir brechen durch. Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Und los. Geh hinter der Panzerung in Deckung. Die haben mich entwissen. Besser, dass wir nicht stehen bleiben. Boah, was hat das einfach so? So. Alter. Wie viel Damage die mir reinknallen? Das ist doch unfassbar. Ich kann mich nicht mal wirklich in Deckung begeben oder so. Ja, kurzen Moment. Sorry, aber ich muss einfach mal Fenster zumachen. Sonst wird es echt noch viel zu laut. Licht. Hier muss jemand sein. Erledige ihn, Aution. Schließ die Toren. Alter, willst du mich jetzt echt... Nö. Nö. Ich hab ganz klar nicht auf die scheiß Blaschdings gezählt. Hier. So ungefähr. Und ich schieß gegen die scheiß Dings. Ist klar. Licht. Hier muss jemand sein. Ja, wir wissen's langsam. Erledige ihn, Aution. Schließ die Toren. Scheiße. Wir brechen durch. Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Und los. Geh hinter der Panzerung in Deckung. Da fängt schon an. Ich bekomm's so aufs... Ich bekomm's so aufs Maul. Ich hab nicht mal ne Chance. Hörst du mal ohne Scheiß hier. Soll ich denn hier wirklich in Deckung gehen, wenn die hier überall rumpallern wie bekloppt? Dass ich nicht mal wirklich ne Chance hab? Erledige ihn, Aution. Schließ die Toren. Ey, es ist so witzlos. Es ist so witzlos. Ja, ich hab doch auf Enter gedrückt. Ey, es fängt jetzt schon echt gut an. Halt doch einfach mal dein scheiß Maul, ey. Ich hasse solche Stellen. Hör zu. Hör zu. Komm, wir werden nicht mehr tun. Sie sollten verlassen sein, aber sehr vorsichtig. Das ist sie. Boah, ich bin ja schon leicht angepisst. Licht. Hier muss jemand sein. Erledige ihn, Aution. Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Und los! Geh hinter der Panzerung in Deckung! Warum sind wir jetzt so verdammt viel schneller? Weil ich ihn früher weggeballert hab, oder was? Interessant. Dranbleiben! Ja, hier ist Wasser. Puh, Gott sei Dank, dass sie keinen Wagen haben. Sonst hätten sie uns in diesem Tunnel erwischt. Das war's. Naja. Was ist denn das? Da war doch immer... Haben sie in die Luft gejagt? Au! Uh-oh. Dranbleiben! Oh, Gott! Au! Alter! Sind wir jetzt da, oder was? Das ist der Bau! Ich habe so viel davon gehört! So sieht es also aus! Ich glaub nicht, dass ich hier sein will. What the fuck? Ey! Alter, what the... Töte sie, sonst kommen wir nie hier! Hallo! Reloading! Alter! Boah, Alter! Lad doch mal schneller nach hier! Oh, meine Güte! Alter! Ja, nice! Schweine! Oh-oh. Oh-oh. Nein! Oh! Oh-oh. Au! Oh! Fuck! Oh! Ja, geil! Okay. Da will ich nicht hin. Tja, hätte es immer früher gehandelt, Artyom, ne? Äh... Äh... Wo geht's denn jetzt lang? Auf jeden Fall nicht da lang, wo ich gerade unterwegs bin. Alter, wie schnell die Batterie hier leer wird! Oh, hier ist ne Falle! Hier ist auch noch mal eine da vorne. Die hatten wohl nicht so viel Glück, hä? Die sind mausetot. Boah! Boah! Munition! Ja! Voll nice! Echt jetzt? Ja. Ey, da liegt doch ein Gewehr. Keine Muni vorhanden dafür, oder was? Boah, wie dumm. Ja. Also, die hatten sich einen Fight geliefert, das ist wohl klar. Oh, ein kleiner Teddybär. Also, die Geräusche sind auch alles, nur nicht schön. Aber noch eine Falle davon ist auch noch eine Falle. Schön wegmachen, nicht, dass wir... Flinke Finger! Äh, ich glaub, 20 fallen oder so entschärft. Und hier führt es mich nirgends hin. Okay. Ich sollte eigentlich mal wieder hingehen und, ähm, die, die, das Overlay und so deaktivieren, damit ich nicht... Dings hab. Damit es mir nicht zwingend die Dings anzeigt. Achievements und den ganzen Kram. Also, primär keine Chiefments angezeigt werden, weil die gehen mir im Spiel irgendwie immer so ein bisschen auf den Zeiger. Wo komm ich überhaupt hier lang, wo ich gar nicht hin soll? Äh, hier hin. Zu einer Leiche. Oh Gott. Okay, mehr gibt's hier nicht. Bisschen Munition hierfür und das war's. Bisschen Munition hierfür und das ist ja auch interessant, dass uns eine Gasmaske vor der Verstrahlung schützt. Interessanter Ansatz. Kann ich hier nicht auch durch ohne Licht? Kann ich durchaus. Und das war's. Nach Pavels Tod war ich allein. Irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen, Ullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. Okay. Und das war's. Ich muss, bis schon fast sein. Tschöne Tschöne Alles. Tschöne Alles. Untertitelung des ZDF für funk, 2017